Wir können auch landen auf unserem Helipad, der wir gebaut haben. Sieht gut aus. Jetzt haben wir direkt... Oh, ich bin viel zu schnell. Vor uns, das heißt, wir drehen da mal 90 Grad ein, etwas... Jetzt kommt wieder das, aber das bekommen wir hin. Wir drehen jetzt extra so ein. Uppala. Warum werdet ihr gleich sehen? Doch mir, wie in echt. Ja, das... Das ist halt, auf dem Boden ist es immer einfacher, aber so ein Helipad macht es schon aus. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon sehen, ne? Am liebsten würde ich jetzt dieses komplette Spital hier nachmachen, nachbauen. Aber Family... Ist irgendjemand 3D-Designer oder so? Kann mich da ein bisschen einschulen in den Blender? Uff. Eine andere Story. Aber wir machen jetzt mal fürs Erste einen Helipad, dann können wir schon mal hier landen. Schmücken den noch schön. So, bei uns in erster Linie geht es um diesen Helipad. Wir machen einen Helipad hier. Wir wählen... Ah, da geht hier der Weg runter. Und hier nach vorne dann hier rein. Wir müssen dann gucken, vielleicht müssen wir auch noch irgendwie ein kurzes Building machen. Also aktuell sieht das Spital so aus. Jetzt gehen wir nicht so tiefs ins Detail. Lassen wir das mal alle... Wir müssen uns eher auf diesem Platz hier beschränken, um den Helipad zu machen. Den einzelnen Helipad. Ansonsten machen wir es so. Jetzt passt's. Wunderbar. Nimm den jetzt so, ne? Äh... Eins... Gehen wir... Kommen wir hier noch etwas nach oben. Okay. Könnte ich noch etwas drehen? Jawohl. Das überdecken wir gleich mit der Lampe da. Gehen wir es so. So macht schon Sinn. So macht schon Sinn. So. Gehen wir da wieder runter. Aber jetzt hat's schon ein Feedback-Effekt. Ein Schatten ein wenig. So, da steht die Doppel-Lampe. Wir stellen den hier so hin. Wozu dient der Kran? Die haben hier... Aber das ist ein kleinerer Kran. Können wir das... Das... Steiner machen? Einfaches Hindernis. Wo ist zu viel Überleuchtung? Was? Wo? Wo ist zu viel Überleuchtung? Ah, da. Oh ne, ich seh noch was. Da sieht's auch. Hier. Haben wir einen Büsch auf der Straße. Uncool. Nehmen wir weg. Hier hin. Achtung, wie viel nimmt's weg? Oh manu. So einfach... Ne. Ist nicht so einfach hier jetzt ranzufliegen. Von bestimmt... Von dieser Seite her. Und dann abzufliegen. Ei. Hat das irgendwie Microsoft oder Sobo gemacht? Ne. Das war... Das war höchstpersönlich. Alle und eine Mal... Willi Kappner, die Partypilot. Willi Kappner, die Partypilot. Willi Kappner, die Partypilot.